Hat sie sich wirklich ins Hubble-Teleskop eingeheckt und wir haben sie nicht erwischt? In den guten alten Zeiten hätten wir sie eingestellt. Ich habe 20 Jahre gebraucht, um sie zu finden. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich habe sie gefunden. Also, sie haben uns gefunden und jetzt, ich will rein. Dann brauche ich etwas mehr. Also, nennen sie mir einen guten Grund. Weil ich clever bin. Ich bin motiviert. Schwarz steht mir gut. Sie langweilen mich. Weil ich absolut null Privatleben habe. An fehlender Tragik wird es jedenfalls nicht scheitern. Keine Liebe, keine Beziehungen? Die lenken nur von den wichtigen Dingen ab. Ach, wirklich? Was ist denn wichtig? Die Wahrheit des Universums. Ich will wissen, wie es funktioniert. Glauben Sie wirklich, dass ein schwarzer Anzug die Lösung all Ihrer Probleme ist? Nein, aber Ihnen steht er verdammt gut. Das stimmt. Reden wir über das Geschäft. Wollen wir? Ich habe eine strikte Keine-Man-in-Black-Regel. Ganz Ihrer Meinung. Es reicht schon ein faule Apfel um den ganzen Kreuz. Ich bin ein M.I.B., du Zerulianer Abschaum. Und zur Info, dein kleiner Club hier ist scheiße. Ähm, entschuldige. Was ist hier passiert? Ach, wir hatten eine Mörder-Party. Kanye kam vorbei und hat die neue Scheibe vorgestellt. Schaut euch doch um, wir wurden vermöbelt. Na, meine Königin. Ich werde nie einer anderen dienen. Ich muss mein Leben beenden. Auf die allerschmerzlichste Weise. Ich denke nicht, dass sie möchte, dass du... Du weißt schon. Woher willst du wissen, was eine Königin möchte oder nicht? Bist du eine Königin? Naja, insofern, dass alle Frauen eine sind, ja. Aber nein, nein. Ich bin keine Königin. Was sie aber tatsächlich ist, sie ist ein Agent. Ist das ein Titel? Es ist ein Titel. Aber vielleicht ehrt man die Toten am besten, indem man weiterlebt. Ja. Ich schwöre euch meine ewige Treue, Agent M. Nein, nein, nein. Für einen Untertan habe ich echt keinen Bedarf. Zu spät. Ich habe meine Treue leider schon geschworen. Ich wünschte, du hättest früher Nein, Nein, Nein gesagt. Und wenn ihr vor mir sterben solltet, so gelobe ich, mein Leben zu beenden. Auf die allerschmerzlichste Weise. Ja, ha. Ich mag dich nicht. Wir stehen über dem System. Darüber, dahinter und davor. Wir sind die einen und die anderen. Wir sind die Man in Black. Die Man in Black? Nein. Fangen Sie nicht damit an. Ich hatte das Gespräch. Aber die sind noch nicht so weit. Das ist ein Prozess. Ich denke, sie hängen einfach dran. Das ist die erste Auftrag. Okay. Wann bekomme ich meinen... Es heißt Neuralisierer. Den bekommt man nicht, den verdient man sich. Beeindrucken Sie mich, dann reden wir über den... Okay. Sie sind ein Freund der Wahrheit, nicht wahr, Agent M? Ja, das stimmt. Ich denke, wir haben ein Problem in London. Wir sind ein Gerücht. Nur erkennbar als flüchtiges Déjà-vu. Und ebenso schnell wieder vergessen. Wir sind das bestgehütete Geheimnis des Universums. Ich weiß, ich will rein. Sie haben die Erinnerung meiner Eltern gelöscht. Aber nicht meine. Ich habe 20 Jahre gebraucht, um sie zu finden. Wie viele können das von sich behaupten? Ich habe sie gefunden. Das macht mich perfekt für den Job. Agent M, wir haben womöglich ein Problem. In London. Willkommen, M. Sie arbeiten zusammen mit Agent H. M.I.B., du Zirulianer, Abschaum. Und zur Info, dein kleiner Club hier ist scheiße. Kommen Sie, die Welt rettet sich nicht von selbst. Ich fahre. Das sollte wirklich hier sein. Nicht in diesem Land. Sollen wir? Ich dachte, wir wären schon da. Würdest du draufdrücken, Freddy? Alles klar, Edge. Was ist hier passiert? Was glaubst du, was passiert ist? Wir wurden vermöbelt. Entschuldige. Warte, bist du eine Königin? Das ist sie in der Tat. Ich schwöre euch, meine ewige Treue. Nein, nein, nein. Kein Interesse. Zu spät. Ich habe bereits meine Treue geschworen. Ich wünschte, du hättest vorher nein, nein, nein gesagt. Eine Bedrohung wie den Schwarm gab es noch nie. Sie können jede beliebige Form annehmen. Das habe ich noch nie gesehen. Sogar die unserer eigenen Agents. Haben wir einen Plan? Manchmal muss man seinem Gefühl vertrauen. Die Men in Black wurden kompromittiert. Vertrauen Sie niemandem. Wir beschützen die Erde. Und damit meine ich jeden und alles auf ihr. Ja, Baby! Wir sind die Men in Black. Die Men and Women in Black. Ja, perfekt gemacht. Schlägst du vor, dass wir die mächtigste Waffe der Galaxie zum Spaß ausprobieren? Tu es. Drück auf den Knopf. Ein bisschen mehr. Oh, shit!